gebraucht, um das zu blicken, was die eigentlich tun, weil man sieht es und spürt und sieht, man sieht es nicht. Ich habe von Anfang an wahrgenommen, dass die was machen, also die Besucher im Seminar, die dann mich unbedingt kennenlernen wollten. Der Grund, warum die da waren, war nur einer. Das sind Menschen gewesen, die nicht interessiert waren, die haben versucht, so zu tun, aber das ist nicht gelungen, sondern das, was die getan haben, die haben gezielt an den richtigen Hebeln in Gebieten, wo ich mich aufgehalten habe, die kennen die Infrastrukturen, die kennen die Familienkreise. Zurück jetzt! Mann!